Willkommen zurück zu GTA 4 Okay, also wir kriegen sofort eine neue Mission reingedrückt Wie weit müssen wir? Oh, da müssen wir wieder zurück Was zum... Wieso stehst du vor meinem Krankenwagen? So, ganz vorsichtig ausparken Hinter mir ist zum Glück nichts Hier kann man schön rangieren Jetzt hat dieser blöde UL Paper Also auch noch Jacob an den Eiern Wie Nico es so schön sagen würde Und jetzt sollen wir einen Typen für ihn erledigen Den er die ganze Zeit schon erledigt haben wollte Okay Vielleicht ist das ja die letzte Mission bei ihm Ich hab keine Lust mehr, dass der mich ständig hier... Der hat mich zu sehr im Griff Das passt mir gar nicht Verzeihung, Taxi So, damit dürft's ein bisschen schneller gehen Ach, aber wir sind doch hier auch direkt wieder in der Nähe von dem Helikopter Dann holen wir uns den Helikopter und fliegen mit dem rüber Achtung, aus dem Weg So Ich bin da Uh, sieh mal einer an Damit dürften wir um einiges schneller ankommen, als wenn wir Mit dem Auto gefahren wären Gewehr... We... Ge... Aaaaah Egal Tadam, tadam, tadam Uh, Brücke Da fliegen wir drunter durch Was zur Hölle Nein, was hab ich getan Das hab ich nicht wirklich grad gemacht, oder? Was zur Hölle Na gut, aber wenigstens sind wir auf der anderen Seite Ich glaub's grad nicht Hey, wir kriegen sogar ein hübsches Auto dazu Schließt nicht da und eure Autos ab Ja, genau, das hätte die Polizei gar nicht sehen können Hört auf, so'n Unfug zu reden Von wegen hier, ich hab genau gesehen, wie du das Auto geklaut hast Nö, mach ich nicht mit, ich hau ab Kann man da springen? Juhu Jee Au Also das ordentlich fahren hab ich heute echt wieder erfunden Jee So So Nachdem ich jetzt mal wieder bewiesen hab, wie super ich fahren kann Sind wir jetzt auch endlich mal am Ziel Steig in den Helikopter, können wir machen Hey Du bist schon da, Jacob Paper Trail So Das dürften unsere Zielpersonen sein, denk ich mal Folge dem Ziel und warte auf eine Gelegenheit, seinen Helikopter auszuschalten Können wir machen Genau Wir fliegen natürlich wieder schön mit Leertaste Aber von oben sieht das schon hammer aus Oh, Zielhelikopter entdeckt Da ist er Okay, jetzt fliege ich aber mal ohne Leertaste, oder? Ja, doch, besser ist es Oh, der liegt aber los hier, mein lieber Scholli Oh, 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 oh Ah, ich komm grad nicht mehr nach oben, warum nicht? Ah, gut, jetzt Jetzt steigen wir wieder Blöder Helikopter Der raucht nicht grad ernsthaft, während ich hier versuche zu fliegen Du kannst nicht entkommen Er versucht es trotzdem Nur noch zwölf Zu unterqueren für den Erfolg Also müssen wir hier Ein paar Brücken unterqueren Stimmt, auf dem Radar waren eben auch Brücken eingezeichnet Gut Dann wisst ihr, was wir nach dieser Mission tun Uhahaha Wir versuchen unser Glück Acht, du musst hier hin Das war nichts, mein Freund Das war auch nichts Schieß, ich bin ruhig Schieß, 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 schieß Und? Trifft er? Ja Guten Appetit Bloink Jetzt müssen wir erst mal gucken Ah, wir müssen da hinten hin Alles klar Ich möchte aber vorher was probieren Wäre wohl gelacht, wenn wir es nicht schaffen würden Alle Brücken zu unterfliegen Müssen wir auch die Kleine da unterfliegen Ich hoffe mal nicht Boah, das sieht schon so aus Könnte ich wetten, dass wir das müssen Nein Aber ich hab Ich hab's unterflogen Boah, wir mussten tatsächlich die Kleine Brücke noch mitnehmen Das ist ja mal hinterlistig Da hinten ist der Helikopter, okay Machen wir das halt nochmal Ist ja nicht so schlimm Das hätte ich Boah, das ist Das war echt schwierig Weil da Kein wirklicher Platz war zum unterfliegen Aber ich hätte wahrscheinlich schon In der Mitte der Brücke ein bisschen wieder hochziehen sollen Aber dann war das Wasser schon zu nahem Heli Und dann ging's abwärts So, das brauchen wir uns nicht angucken Ach, müssen wir uns aber angucken, oder was Ah, nee, müssen wir nicht Die Brücke da gehört bestimmt dazu Oder haben wir die vorhin nicht sogar unterflogen Na, ich probier einfach mal mein Glück Nicht wahr Ja, die haben wir schon Oder vielleicht müssen wir die gar nicht unterfliegen Na, das kriegen wir schon hin Beim nächsten Mal setze ich den Obwohl, nee, wir müssen ja noch da hinten hin Da war, glaub ich, noch eine Brücke Ach, egal Das sehen wir gleich, wie wir es machen Ich will jetzt auf jeden Fall die Brücke noch unterfliegen Das sehen wir schon Puh, dieser... Also der Pilot von dem anderen, der ist echt zu beneiden. Der kann das gut. Jacob, man! Ich sehe nicht so gut, wenn du die Brücke in meinem Gesicht schläfst. Okay, schläf es, was auch immer. Ich mach mit. So, jetzt müssen wir nah ran und schön auf diese Seite. Nicht los, Jacob. Trifft er? Nee, der trifft nicht. Der trifft auch nicht. Und der sitzt natürlich wieder. So. Jetzt fliegen wir aber nochmal da hinten hin. Dann fliegen die nächsten Brücken. Ich denke, die schwierigste Brücke haben wir unterflogen mit dem, was wir hier geleistet haben. Das war ja echt übel. Oh, hier kommt noch so eine Brücke. Die ist aber was höher. Die ist aber was höher. Schön, vorsichtig. Okay. Die Brücke müssen wir auch. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Ach, müssen wir die da hinten unterfliegen oder was? Na, das kriegen wir hin. Kann ja sein. Kann ja sein. Ich probiere das einfach nochmal. Wie soll ich sie denn unterfliegen? Wie soll ich sie denn unterfliegen? Hinterlistige. Ach nee, das ist die kleine. Die haben wir schon. Oder sollen wir hier durch? Ja. So, jetzt müssen wir schnell die Karte aufrufen. Ja, hier hinten haben wir jetzt alle Brücken und die werden hier so schön angezeigt. Würde ich sagen, fliegen wir als nächstes zu den Brücken hier hinten. Da gibt es ja zwei hübsche, die wir uns holen können. Äh, du sollst mir eigentlich eher nicht das Telefon geben, sondern fliegen. Blöder Helikopter. Aber an sich ist das ja ganz einfach, die Brücken zu unterfliegen. Bis nach da hinten müssen wir. Okay. Eine Brücke nach der anderen. Und wenn wir dafür Jahrzehnte brauchen, wir schaffen es. Es wäre vielleicht auch ganz schlau, wenn ich den Jacob vorher mal irgendwo absetze, falls ich doch mal ins Wasser klatsch. So, hier die Brücke haben wir schon. Also müssen wir immer noch weiter, oder wie? Na gut, immer schön der Markierung nach. Boah, hier sind direkt zwei nebeneinander. Was tut man nicht alles? Eigentlich ist es ja auch gar nicht nötig, dass ich das tue, aber da oben stand so schön, dass ich die alle unterfliegen soll, also tue ich das auch. Ohne anzuhalten. Ohne anzuhalten. Ohne anzuhalten, weiter zur nächsten. So, fünf haben wir noch. Ah, hier könnten wir sogar so eine schöne Schleife fliegen, dann hätten wir sogar fast alle. Gut, machen wir das doch. Hier hinten müssen wir unter einer Brücke durch. Und zwar unter dieser schönen hier. Miau. Wieso hat das jetzt nicht gezählt? Ich bin drunter durchgeflogen, zähle das gefälligst. Jetzt geht's weiter zur nächsten Brücke, die ziemlich genau da hinten liegt. Ah, das ist die Eisenbahnbrücke. Okay. Da sind aber viele Säulen dran. Rrrr. Naja, das bekommen wir schon irgendwie gebacken. Schön die Ruhe bewahren, das ist wichtig. Ja, das ging ja jetzt leicht. So, die nächste Brücke ist... ...da hinten. Das geht ja einfach... Ich dachte, das wäre ja... ...ne schwierige Herausforderung jetzt, aber... ...die eine Brücke war wirklich schwer, wo man so ganz nah an das Wasser ran musste. Aber ansonsten gehen die hier eigentlich alle ganz leicht. Auch die da vorne, die kriegen wir jetzt locker. Da fliege ich einfach so drunter durch. Zack. Wo sind die letzten beiden? Da hinten hier. Jetzt nehmen wir sogar noch als Bonus nehmen wir die hier nochmal mit hier. Achtung. Wir sind ja so unberechenbar. Och, hier ist ein schönes Schiff. Und die letzte Brücke ist... Okay, die könnte auch noch ein bisschen schwieriger werden. Erstmal den Helikopter wieder ruhig bekommen hier. Aber die geht. Wenn sie denn gerechnet wird. Komm schon, Mann. Rechne sie. Wo sollen wir denn sonst durch? Sollen wir hier beim Highway unten durch, oder was? Nö, auch nicht. Wieso wird sie nicht gezählt? Was läuft verkehrt? Ah, das war doch auch die Brücke hier. Die wir nehmen sollen, oder? Können wir die denn sonst noch auf irgendeine Weise unterfliegen? Wir könnten es natürlich noch mal so probieren. Au, da bin ich wo angeeckt. Irgendwie ziert die Brücke nicht. Oder sollen wir die hier hinten nehmen? Das finde ich aber eigentlich relativ seltsam jetzt. Weil die haben wir ja auf der anderen Seite schon unterflogen eigentlich. Ja, die sollen wir auch gar nicht nehmen. Das ist mehr als verwirrend. Oder sollen wir die nehmen? Und ich habe es noch nicht mitbekommen. Hilfe, Leute! Sie wollen die Brücken nicht zählen. Weil das da hinten ist ja eindeutig eine Brücke. Aber warum will der nicht... Will der mir das nicht geben, wenn ich die unterfliege? Woanders kann ich die ja schlecht unterfliegen. Na ja, gut. Oder führt die Brücke hier hinten noch irgendwo drüber? Ne, das ist alles gerades Land. Na ja, wir gehen jetzt erst mal... Oder können wir hier irgendwo durch? Ich bin gerade total verwirrt. Ich glaube, das merkt ihr auch. Weil eigentlich müsste die Brücke schon längst gezählt werden. Uh, uh, das war knapp. Weil hier kommen wir doch auch nirgendwo durch. Vielleicht wurde die Brücke ja auch gezählt. Und ich habe es noch nicht mitbekommen. Na ja, gut. Wir gehen jetzt Little Jacob abliefern. Ist ja auch egal jetzt. Blöde Brücke. Ja, ich werde alles tun. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!